Mario Junior RS Mario Junior RS ist der perfekte Treppensteiger für den Transport von Gasflaschen, Glasballons und sonstigen Materialien. Er ist ideal für jene, die Lagerräume in Unter- oder Obergeschossen haben. Er ist mit Haltegurten mit Blitzverschluss ausgestattet. Er kann Lasten bis zu 100 Kilo tragen. Dank einer eigens dafür vorgesehenen kleinen Leiter ist er in der Lage, sich selbst in den Lieferwagen zu ziehen. Er hat außerdem eine regulierbare Geschwindigkeit von 0 bis 66 Stufen die Minute bei 3 Stunden Betriebsdauer. Der Akku verfügt über eine LED-Aufladungsanzeige und lässt sich über herkömmliche 220 Volt Stecker oder auch über 12 Volt Zigarettenanzünder im Wagen aufladen. Der Akku ist ferner schnell austauschbar, sodass man immer problemlos weiterarbeiten kann. Es gibt selbstverständlich ein System zur Selbstbalancierung der Ladung, damit diese nicht auf den Bediener des Gerätes lastet. Er hat spezielle Antispurräder, die für jede Oberfläche geeignet sind. Dank der besonderen Position dieser Räder ist er für jede erdenkliche Treppe geeignet. Und zwar von den traditionellen bis hin zu extrem engen Wendel- oder Spartreppen. Er ist leicht, aber stabil. Der Treppensteiger Mario Junior RS ist mit anderen Worten die Aushilfskraft, von der du immer geträumt hast. Glaubst du es nicht? Teste ihn direkt bei dir zu Hause. Falls du mehr darüber erfahren möchtest, besuche uns auf der Internetseite www.mariokeheili.com oder rufe uns unter der Telefonnummer 0039 049 874 0739 an.